Ich bin auch im Außendienst, der eine oder andere kennt mich ja auch sicherlich. Ich bedreue quasi das nördliche Bayern, alles bis nach Frankfurt hochwertig und im Westen bis Heilbronn, also sprich nördliches Bayern, Hessen und Baden-Württemberg. Und ja, freue mich auf einen coolen Tag hier mit uns, freue mich auch wieder auf der Mannschaft 4 zu sein. Der eine oder andere kennt ja vielleicht die Mannschaft 3, hier gibt es auch Neuerungen zu entdecken. Und wer 1 und 2 kennt, ja, der wird uns hier viele Neuerungen hier dann auch entdecken.